Ich sag mal so, wenn der... Das ist doch ein bisschen dumm. Also, wenn offensichtlich so viele Leute wissen, dass du Drogen verkaufst... Ich hab jetzt nicht so viel Ahnung, muss ich zugeben, vom Drogenverkauf. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es kontraproduktiv ist. Wenn jede Sau davon weiß, dass du das machst... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hilfreich ist. Was? Akonid? Ja, 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 da kenne ich jemanden, da kenne ich jemanden, der macht das ständig. Also, wir müssen ja, ich meine, wir müssen ja nicht mal anhalten, drüber nachdenken oder eine Spur verfolgen. Nein, da musste... Kimar musste ja nicht eine Sekunde drüber nachdenken, um drauf zu kommen, wer das eventuell in Umlauf gebracht haben könnte. Ich meine, der Apotheker wird höchstwahrscheinlich Mariboli umgebracht haben. Aber er wird zumindestens das Zeug in Umlauf gebracht haben. Davon ist, denke ich, mal auszugehen. Ich dachte, du könntest Hilfe brauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Bonsoir. Ich werde mich ab ihr... Nicht schon wieder. Oh no. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück! Was hat mich verraten? Die Axt auf meinem Rücken? Langsamer! Wartet! Bleib zurück, du Monster! Wieso denn Monster? Hat der nicht auch gerade sowas gesagt wie... Nicht schon wieder? Ich habe nur ein paar Fragen! Nein! Scheiße! Naja, gut. Gehen wir halt über die Dächer, wa? Ich beeile mich ja schon! Nein, der ist in die andere Richtung. Ich muss zugeben, es war ja wie Poker. Langsamer! Wartet! Ah, da ist er wieder. Gut. Komm mal eine Minute her, Vater! Wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Wie ist das nicht nötig? Ah, sehr gut jetzt. Ja, genau. Ich... Das moved an allen vorbei. Nur hier hat er seine Probleme. Ich kann es nicht verstehen. Ja, ich kann es nicht tun. Oh, komm jetzt bitte. Bitte, bitte. Ach, rechts jetzt. Alter Falter, quer durch Paris, Mensch. Jetzt müssen wir aber ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder tog eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden, erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Okay. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Aber die Frage ist jetzt, will der, es ist höchstwahrscheinlich ein Assassiner, hat er gesagt gehabt, also der Apotheker meinte ja, es wäre jemand mit Kapuze gewesen, der wird er offensichtlich mehr als nur einen töten, wenn er mehrere Dosen braucht. Die erste hat er an Maribou angewandt und die zweite, Gretchen Frage, wer wird das zweite Opfer werden? Sollte es eventuell der ganze Rat werden? Ich öffne eine Brücke. Das ist halt jetzt die Frage. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke. Das ist halt jetzt die Frage. Wer könnte das nächste Opfer sein? Beziehungsweise wird es überhaupt aufgelöst? Sollte man es verhindern? Ich weiß es nicht. So. Ja, 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 ja. So, das ist jetzt die letzte Sequenz und wenn die endet, sind wir praktisch da an dem Punkt angelangt, den wir jetzt die ganze Zeit immer sehen. Wo wir jetzt schon dreimal waren. Fum, 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 fum. Fum, 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 fum. Oh, das war ja easy. Das Zeug scheint ja ordentlich zu stinken. Die Frage ist, in welche Richtung stinkt es? In die Richtung stinkt es? Ah. Ja, was ist, wenn die zweite Dosis für die Falle ist? Bitte. Was ist, wenn der Täter die zweite Dosis nur bestellt hat, weil er wusste, dass ich über den Apotheker an ihn rankommen könnte? Es ist schon gut. Ich verstehe. Ah, komm schon. Wollen wir mal gucken. Also, wenn ich mir angucke, was wir hier jetzt klettern müssen, bin ich schon davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen Assassinen handelt, mit dem wir es zu tun haben. Nein! Sehr gut. Absolut hervorragend. Absolut hervorragend. Hoffentlich muss ich die Mission jetzt nicht nochmal neu starten. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte wähle einen geeigneten Rücksetzpunkt. Bitte. Bitte, bitte. Ach, Gott sei Dank. Okay, was ist das? Ja, ja, ich mach das schon. Ist ja jetzt nicht so, als wenn ich nicht klettern könnte. Hahaha. Hä? Ich sag mal, Arnu mag es spannend. Geben wir das Ganze mal ein bisschen vorsichtiger an, so. Na, alles klar. Na, ich erkenne sogar schon, wer es ist. Natürlich. Das hat lang gedauert, Pisspot. Der Leck. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein armen Märchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masjaf, Monteregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können gemeinsam Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte. Komm zurück zum Rathen. Wir können das regeln wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer praktieren nicht mit Templern, Bursche. Ja, super. Verdammt! Waa? Der hat ja eine Waffe. Ja, ich habe leider nichts zum Schießen dabei. Darum? Darum muss ich zusehen, dass ich das hier halbwegs... Ein storer, kleiner Bock bist du, oder? Halbwegs ohne Schusswaffen hinkriegt. Nein! Komm schon! Ah, das kriegt man schon hin. Ich will teile mich werden. Das ist immer dasselbe Watten, überhaupt kein Thema. Jawohl! Jetzt habe ich ein Siebel in der Hand. Jetzt wieder nicht. Ja, komm schon. Ah, sehr gut. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Bilek. Ich denke nur... Ah, keine Zeit, nicht zu Ende reden. Reden zu lassen. Sonst fällt mir das noch auf die Füße. Das wollen wir ja auch nicht. Alter, was sich mit ihm sein Gesicht passiert. Oh! 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 Bei deiner enormen Erfahrung. Was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Bäm, Junge. Bäm! Das hast du da vorhin. Das hast du da vorhin. Wieso hat der denn jetzt keine Gesundheitsanzeige mehr? Ich überlege gerade, was ich hier machen soll. Ich meine, mal ganz ehrlich, also streng genug müsste der jetzt schon lange tot sein. Sind wir irgendwie vielleicht an einem falschen Punkt? Müssen wir uns noch im Kampf irgendwo hinbewegen? Oder schafft das Spiel nicht eine Sequenz zu laden, die wir eventuell jetzt schon geladen haben müssten? Wenn das nämlich die Gesundheitsanzeige da unten vom Beleck ist, dann frage ich mich, warum hier nichts passiert. Weil die Bude, der ist ja jetzt, ich sag mal, der ist ja komplett out of order. Okay, versuchen wir es mal. Ne, da tut sich irgendwie nichts. Ich bin, muss ich zugeben, ein bisschen schockiert. Vielleicht werde ich das jetzt an der Stelle nochmal neu laden müssen. ich bin, 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 ich bin,